Das ist die Lösung unserer Probleme, Organhandel. Jetzt frag Schallermann, der kommt aus Calcutta. Jeder, der da ein Fahrrad fährt, hat auch eine Narbe. Klotze, das ist Mord. Inder werden wiedergeboren. Die haben uns gezwungen dazu. Wer? Na uns? Hast du kein Deutsch? Hast du nicht gemacht die Hausaufgabe von der Grammatik? Wer? Nicht wen? Der hat eine Familie. Quatsch, das kann irgendwer sein. Jeder hat eine Familie. Außer Klotze vielleicht. Spricht nicht weiter. Überleg doch mal, Sigi. Er stirbt ja nicht mal ganz. Seine Organe würden weiterleben. In anderen Menschen, denen es richtig scheiße geht. Es geht um einen Menschen. Mit allem drum und dran. Ein sehr guter Jahrgang. Top Zustand. Er ist Sportler. Und noch dazu ein Freund. Ist für uns also auch ein emotionales Ding. Jungs. Ich liebe euch. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Das Allerwichtigste. Ist nicht wichtig, ob man ein guter Boxer ist. Oder ob man cool ist. Oder der Beste. Das Aller, Allerwichtigste. Ist einen Freund zu haben. Und ich hab gleich drei davon. Entschuldigung. Ich bin im Moment.